Hier sehen Sie TG Contors flauschige Bälle. Ja, ich bin jetzt seit sieben Jahren Grafiker bei der Löwe Agentur und wir sind ein sehr sehr engagiertes junges Unternehmen, was sich an ergonomische Sitzmöglichkeiten gebunden hat, damit man während der Arbeit konzentriert an Marktwirtschaftsforschung sich beteiligen kann, denn darauf ist unser Unternehmen fokussiert. Ja genau, und ich mache mein Grafikdesign eigentlich hauptsächlich nur noch auf diesem ergonomischen Sitzball. Das sieht dann ungefähr so aus. Fehlt das schon? Ja, das fehlt mir. Hallo? Hallo, schön mit dem Traumat. Ja, dann heißt es so. Oh Mann, wieder das Logo. Ja. So. Ja. So. Ja. So. Wie das? So. Ja, nee, ich bin da noch. Hier. Hier mit einem Kopf drin. Ja. Ähm. Nico, was geht denn? Was geht denn? Ja. Nico, was geht denn? Von der Osten von der Löwe Agentur? Ey, dieses Jahr werden wir ihm auch mal Handelsorgen. Was geht denn? Ich mach Stopp, ne? Yo, DJ, leg den Scheiß auf, ruhiger. Da kommt Ryan. Unser Hedgefond Manager. Scheiße, Mann. Guck die Mocke nicht. Ich schlafe, Mann. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Ja. Uuuuh. Der Übergang war der. Ja, nein. Das ist der Mann schon oben. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Ja. Das ist super, Blät resultados. Tch, tch. Trömer, wenn du Biden jetzt benutzen place? Der Shoktó di kerner alles bientôt später noch, was du dumpest. Ja. Da würde ich sagen. Ja, doch das ist sehr, sehr. Ja, sehr, sehr. Ich hörester vor! Stömer, Sterne, você verstehe nicht? Na Okey haben kaum die mandate, da alien Das war's für heute. Oh, das war der da. Sogobar. 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 Hey Mekki, hast du Bock mit dem Intro für unseren Porno drin zu sein? Das kommt live auf Pornhub. Was ist das? Kommt das auf? Das ist krass. Was ist das? Hier. Das ist eine sehr sehr krasse Kamera. Eine der krassesten... Äh... Und wie dreht man das? Wie hast du das so gemacht? Guck, warte. Ich brauch noch mehr Feuer. Digga, was ist das denn weiter?